Was ist jetzt stylisch? Ich hab das Maximum von Sanji, ne? Haben die Entwickler nicht nachgedacht? Ich meine, bevor man Stärke des Helden Plus machen kann, muss man erstmal von Tashigi Stärke des Helden machen. Und Tashigi bekommt man ja erst mal einen Fankazard. Habt ihr nicht nachgedacht? Habt ihr nicht nachgedacht? Vor allem mit Sanji die erste Strategie innerhalb des Zeitlimits. Und mit Zouro zwei Mahachi besiegen. Lass mich raten, Alon knallen. Ah, mit Kizuna, Spezialangriff. Mach ich erst mal Zouro. Der ist ein bisschen stärker, ne? Ich könnte theoretisch auch noch ein weiteres bisschen Level eben. 240. Hab ich noch irgendwelche Münzen? Zwei. Scheiß Giraffe. Oh. Kuma mag mich nicht. Kaku mag mich nicht. Naja, die mögen mich erst recht nicht. Alle mögen mich nicht. Zouro! Willst du auch dein Set-Auffit? Komm. Komm. Wir klatschen. Wir verarbeiten jetzt Alon zu Sushi. Ich wollte gerade sagen. Zouro schneidet Alon in kleinem Stückchen und... Sanji wird dann... ihn hinterher kochen, aber Sushi ist ja Rohrfisch. Ah, mir ist halt Fischfilet aus Alon. Fischfilet aus Alon. Zwei Mahachi bekämpfen. Soll ich eine Fähigkeit? Was hat das? Captain. Was ist jetzt eigentlich... Stärke des Helden Plus, ne? Oder wurde das jetzt... Ersetzt. Stärke des Helden Plus. Die Plus-Sachen ersetzen automatisch die vorherigen Sachen, ne? Weil Stärke des Helden ist jetzt nicht mehr da. Nur Stärke des Helden Plus. Woher hätte ich das gerne verglichen? Dann halt nicht! Boah, du fliegst zu weit, Zouro. J BP, du fliegst zu weit! Dretti war schon in Schwierigkeiten, hallo? Hallo? Alle auf die Sushi-Bahn mit euch! Aufs Fließband! Dretti war schon in Schwierigkeiten. Das ist nicht so, dass ich Aron'o bin. Die Leute, die Menschen, die die Fähigkeiten der Fähigkeiten haben! Die Fähigkeiten, die Leute, die Fähigkeiten haben! Die Leute, die Fahrräume und die Fahrräume haben! Das sind die Fähigkeiten! Das müsste ich eigentlich auch mal ausprobieren! Stimmt, wenn ich Jinbei spiele! Ob ich dann durch die Kanäle durch kann. Das müsste ich auch mal ausprobieren. Ach, kein Herumgealber mehr. Und wenn nicht, ist das irgendwie ein bisschen unlogisch. Meiner nur. Wir sind da hinten, schon wieder vermöbelt. Meine Dorfbewohner! Lauf schneller, Nami! 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 Endessen kann ich immer andere Leute leveln. Wo rennt ihr hin? Haha! Voll ins Gesicht getreten! Wir sind nicht erreicht! Direkt Sanjis, die sind dann noch 2 zu erhöhen. Ich bin enttäuscht! Und wo ist der andere große Gegner? Er versteckt sich im Kreis vor mir! Hey, Zero Rapper! Na, was ist das, Marimo? Dass du deine Arbeit machst, das will ich, Sanji. Was ist der Nosebleed-Kun? Ach, Träken, noch bekommt er keine Nasenblut, oder? Also, eigentlich habe ich 3 sehr spitze Schwerter. Wieso kann ich das Holzton nicht einfach zerschneiden? Los, Usopp! Der eine! Komm! Komm! Usopp! Das hat auch ursprünglich Usopp gemacht. Anstatt Nami. Als ich Usopp gesteuert habe, hat das Nami gemacht. Wir müssen jetzt weiter gehen. 3... 3... 3... 3... Interessant, was es hier für andere Sachen gibt, wenn man andere Charaktere spielt. 3... 3... 3... 3... 3... 3... 3... 3... 3... 4... Bester Hitner an die Wand geklatscht! Wunderschön! Aber das ist noch nicht, äh... Einmal im Charaktorium. Jetzt ist es eingenommen. Jetzt ist es... Moins! 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 Ja, stirbt mit mir. Hatten wir auch. 3... Und... Uff! 2... 3... 3... 3... 1... 4... 4... 3... 1... Ja, das könnte es mit dem Dorfbewohnern, das Gimikin, aber das hatten wir auch schon. Gar nicht viel Kontignorieren. Ja, ein wunderschöner Meteor. Du sollst doch mit dem Ohr zerschneiden. Komm, euch drei da hinten treffe ich. Ich musste das jetzt raushauen. Ja, hab ich so gut getroffen. Waren das sogar vier Stück? Hab ich da gerade vier Ausrufungszeichen gesehen? Wo ist Hachi? Da unten. Ja, komm mal her, Hachi. Hachi! Hachsopp. Hachsoppu! Wobei, verliere ich nicht auch, wenn... Die Bedingungen sind da unten, checken. Segalo. Nami oder die Dorfbewohner werden eliminiert. Wann soll ich vielleicht hochgehen und helfen? Ja. Wirst ihn niemals vergeben. Hm. Zedai. Zedai. Yurusanai. Bis auf, dass Nami nicht flieht. Hab ich nicht vor. Nochmal wird mir das Nemehle nie abhauen. Ui, ist noch ein Versuch. Warum bist du da unten? Hallo! 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 Und wer ist da ganz alleine in einem feindlichen Gebiet? Ist die Marine-Kurvac einfach nicht juckt? Vielleicht rennt er ja während der Karzin vor mir hin. Aber hey, ich hab die Basen-Kommandanten da hinten platt gemacht. Hachi ist noch da. Ach, das ist so, ob der da ganz alleine ist. Usopp, was machst du für ein Scheiß? Den Toren ganz alleine einnehmen. Er will doch ein tapferer Krieger der Meere sein. Ah, das ist das mit den Dorfbewohnern. Hatten wir auch schon. Okay, von da in der Mitte aus hätte ich auch zu Hachi hinkommen können. Ich bin dein schlimmster Albtraum. Hach, da sind eine kleine Reihe. Wieso ist die Stefanie-Kurv? Wer ist das mit dem Torx-Kurv? Wer ist das mit der Dämpfogen? Ich bin förs Trent. Oh, das ist's. Ich bin für den Torx-Kurv. Ich bin für den Torx-Kurv. Wenn du den Torx-Kurv hat. Hold'n. Und wäre sie bei der Dämpfogen. Oh, das ist ein gutes Eiwe maths. Ich bin für die Sekunde. Ich bin das Doctors-Kurv. Ich bin der Kornia-Kurv. Es ist gerade so viel los, Hilfe! Ich stehe gerade noch irgendwo in Fein oder muss ich mal einen Angriff aussausen lassen? Hinter mir sind Feinde, hinter mir sind Feinde. Feinde, hallo! Wer will da gerade fliehen? Wer ist in Schwierigkeiten? Fluchtversuch. Doch, Bewohner. Okay. Ich bin auf dem Weg. Oben rum. Schnell, 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 schnell. Als Name ich vorhin gemeint hat, lass uns zusammen sterben. Meinte sie nicht euch! Ich bekomme eine Niederlage, wenn ihr stirbt. Ganz unten. Kräfte ich mir einfach die Basis hier vorne vor. Jetzt muss ja der Wasserfall neben mir ausgehen, ne? Das ist verdammte Katze, die mir meine Zeit traut. Von Kizuna-Rash. Aktivität. Hier bleibt doch nur eine bestimmte Zeit da, Usopp. Nee, es ist mir ausgelaufen. Ah, gut gemacht, Usopp. Gut gemacht, gut gemacht, gut gemacht. Huff, das Heldenpower ist beendet. Dann hatten die Angefangen. Was war seine Heldenpower überhaupt? Was macht er während seiner Heldenpower? Habe ich das eigentlich jemals gesehen? Also was Luffy während seiner Heldenpower macht. Ich hoffe, noch hier sind komische Gewürzsterne. Nein, macht eine Witze war das, glaube ich. Keine Ahnung, ich habe mich nicht mehr aufs Kämpfen konzentriert. Tschüss, Ebel. Einfach gegen gerannt. Das ist immer so ein geiles Geräusch, wenn Luffy sich zum Ballon aufbläst. Na, Nami's hier. Sorry, Nami, ich habe den Helden schon betätigt, ne? Du bist ein bisschen spät dran. Ein bisschen spät. Hallo, Leute. Lass mich raten, weil Hachi gleich auftaucht. Bis das wäre meine Zeit, wo ein Nixunara-Schleister aktiv ist. Und Zeratoren mal in die Normen. Perfekt. Schnell zum Essen. Hier wird Zoro eigentlich seine anderen Zweiköpfe und vier Arme während der Aschura einsetzt. Magier. Keine Ahnung. Bisschen seinem Genjutsu. Hachi! Doku das Gorn! Los, komm raus! Ich will mich spielen. Aber ich will zu deinem Big Boss. Oh, Fleisch! Die Logik erinnert mich irgendwie aus Lloyd aus Tales of Symphonia. Ja, Leute, warum kämpfst du denn mit zwei Schwertern? Naja, ein Schwerter macht 100% Schaden. Also wenn ich mit zwei Schwertern kämpfe, mache ich 200% Schaden. Okay. Oh, das ist anders. Also, wenn ich mit zwei Schwertern kämpfe au Same für mich mit zwei Schwertern. Dann bin ich mit zwei Schwertern. Ich bin mit zwei Schwertern. Weil eines deiner Schwerter die Träume von Kuina beinhalte, deiner Kindheitsfreundin. Und solange du diese Träume hast, wirst du dich verlieren. Das klingt schmalzig, aber hey. Lennen wir das mal als Grund. Den Rest müssen die ja auch alleine schaffen, ne? Habt so Ahnung. Ich hab volle Kuina-Leiste. Ich finde es auch gerade im super Detail, dass selbst auf seinem Rücken dann sein Strohhut nicht hängt, weil Nami hat den ja gerade. So, dann wollen wir mal. Stylish! Open the door! Klopf, klopf. Hallo, Ahnung! Verdammt! Vorhin hang ich jetzt fest an der Wand. Autsch! Wesens macht er mir nicht so viel Schaden. Nehmen wir mal so mit deinen Zähnen rausreißen. Aber hier sind wir eigentlich schon ziemlich okay. Denen kann das vollkommen egal sein, wenn die Zähne verlieren. Die wachsen direkt nach. Gut, was heißt nachwachsen? Hatten wir auch schon. Die haben ja so mehrere Reihe Zähnen und wenn die Zähne verlieren, dann sind die hinteren Reihen, die kommen einfach ein Stück weiter nach vorne. Wie so ein Fließband. Wenn das jetzt nicht ausreicht, weine ich. Naja, wir haben ja dann noch eine Chance mit Sanji. Aber es reicht! Wunderbar. Ja, keiner kriegt mehr Level-Ups. Jetzt sind schon alle fünf. Ich sag jetzt, was mach ich mit Sanji? Okay! Man muss einfach nur, ne? Ne Schlacht machen. Dann wird das aktualisiert. Die Zeit im Kizuna-Rash wird verlängert. Uh, stylisch. Das ist wirklich stylisch. Ich meine, wenn ich einer meiner Freunde dabei habe, die in meiner Crew sind, dann wird das ja auch noch mal verlängert. Bloß noch stylisch, die Verlängerung. Goyle! Goyle! Und Fleisch für Stärke! Angriffskraft erhöht sich abhängig von der Anzahl erhaltener riesiger Fleischkollen und saftigem Barbecue-Fleisch. Naja, ich brauch nicht so viel Fleisch essen. Zumindest nicht mit Luffy und Zorro. Also, die sind so stark. Die sind so stark.